Also ich bin der Ibrahim und lebe schon seit über 40 Jahren, 42 Jahren in Neustadt, betreibe über 30 Jahren Gastronomie und die Absicht hier ist, dass ich hier eine Stränderaktion mache. All das, was heute reinkommt, der komplette Umsatz geht in die Türkei in Krisengeschichte. Für die Menschen, die bedürftig sind und ich werde nächste Woche Samstag persönlich runterfliegen und da helfen, wo ich helfen kann. Ich halte von der Aktion sehr viel. Ich finde es gut, dass das Ibrahim macht. Die Aktion von Ibrahim ist schon super. Ich bin sehr überrascht, wie das Ganze angekommen ist. Ich bin sehr stolz auf meine großzügigen Kunden. Es war sehr, sehr viel los und es war ein toller Tag und ein tolles Gefühl, wenn die Menschen, wenn die Kunden an mich vertrauen. Ja, wir machen immer sehr gerne einen Besuch zum Ibrahim und essen die leckeren Döner. Und heute las ich das auf Instagram, dass heute die schöne Aktion ist mit der Hilfe an die Türkei zu den Erdbebenopfern. Und deswegen sind wir extra hierher gefahren und unterstützen die ganze Aktion, weil sie sich so super finden. O, Thaun und Henk O, Thaun O, Thaun Was Gutes essen und damit auch noch was Gutes tun. Das gibt es hier bei Ikra-Fuse Hilfe für die Schokai, das ist schön. Das gibt es hier bei Ikra-Fuse Hilfe für die Schokai. Das gibt es hier bei Ikra-Fuse Hilfe für die Schokai. Das gibt es hier bei Ikra-Fuse Hilfe für die Schokai.